Kostet 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 Was passiert Wenn ich hier zu mache Wo werden die Zombies dann hin Sie bleiben stehen Wenn ich aufmache Dann laufen sie weiter Sie laufen immer noch weiter Oh Äh Hier machen wir einen Stein kaputt Oh 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 Ah, aber die Tageslicht verbrennen also alle. So, machen wir da wieder einen Stein hin, das machen wir weg. Hier machen wir auf. Ok, was haben wir hier neu? Ein Schloss, ein Topf und die Nägel. Wir brauchen noch ein bisschen Rüstung und Werkzeug. So, Werkzeug. So, ist das auch erledigt? Neue Aufgabe. Neue Technologie, grundlegende Ausstattung. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. So, hab ich da was Neues freigeschalten gehabt? Ja. Ein Blätterbett, Holztisch und Holzstuhl. Blätterbett sieht doch gut aus. Ok, können wir nur eins herstellen. Eins ist immer noch besser als keins. Ne, er stellt das Bett hin und schläft direkt ein. So, die wollen auch alle betten. Gut, äh, da waren hier Blätter. Ok, den lassen wir mal noch. Und hier waren noch Blätter. Regeneriert auch Leben jetzt. Was ist das jetzt? Er, er, regeneriert. Zwerg ertrinkt. Das sollte ja auch nicht da drin bleiben, sondern einfach durch. So. Wie war das dann mit diesen Portaldingern da? Portalzauber. Öffnet ein Portal zum Lager. Die Zwerge können es für eine Hin- und Rückreise nutzen. Meiner Kosten 2. So, wie funktioniert das jetzt? So. Tatsächlich. Die Zwerge können es für eine Hin- und Rückreise machen. So. 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 Ich brauche mehr Betten. Dann kriegt jetzt jeder mal ein Bett. Ich habe sechs Zwerge, also brauche ich noch fünf Betten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist ja genau aufgegangen. So, jetzt habe ich aber keinen Platz mehr für weitere. Muss ich in diese Richtung expandieren oder so? Willst du gleich alle pennen gehen, ey? Dann machen wir hier mal den Durchbruch rein. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier. Ich brauche mal wieder neue Erde. Sie kommen, schon bald wird sich ein Portal öffnen, aus dem Monster ausströmen, um dich anzugreifen. Kümmere dich um die Waffen und Gesundheit deiner Zwerge. Das ist jetzt natürlich äußerst uncool, wenn ich die Mauern eingerissen habe. Beeilt euch. Beeilt euch. Beeilt euch. Beeilt euch. Nein, die kann man ja wegmachen. Die Stein ist da. Munzer portal geöffnet. Da drüben ist es. das sind ein haufen zombies so hat jeder eine waffe der hat eine der hat eine der kriegt wenigstens eine keule so jeder einen helm die haben alles so wenig leben das könnte lustig werden ich habe jetzt noch nichts gefunden wo man irgendwie seine base beschützen könnte wieder komisch aussehen so ein maschinengewehr wo kann ich mir jetzt nicht vorstellen aber die hauen jetzt nur mit ihren knüppeln da ein sind es jetzt nur die ja gut was heißt hier nur das portal ist immer noch offen das muss ich mal hier zerstören so 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 in version und der pender Das war's für heute. Noch kein Zwerg gestorben. Ja und jetzt? Neue Kreatur. Betrachter. Sehr gewährlich. Diese wachsamen Hüter der Geheimnisse des Untergrunds können mit ihren vielen Augen alles in der Dunkelheit sehen. Nur stark bewaffnete Zwerge können mit ihnen fertig werden. Tja, so stark bewaffnet sind sie gar nicht. Tja, so stark bewaffnet sind sie gar nicht. Das ist nicht gut, wenn die meinen Toten zerstören. So... So, dann wollen wir hier mal wieder zumachen. Was sind wir hier? Ein Auge. Okay, ähm... Warum hab ich hier jetzt eigentlich zugemacht? Ich brauch's doch offen. Oh, da... Untertitelung des ZDF, 2020 und Münze.